Mein Name ist Juliane Ebner und ich bin 25 Jahre alt. Als Koordinatorin Ost begleite ich ehrenamtliche KfD-Frauen bei dem bundesweiten Projekt Neue Frauenorte in der Kirche – KfD offen für Suchende und Fragende. Dabei kommt dem Osten Deutschlands eine besondere Aufmerksamkeit zu, da die Frauen der KfD, wie bereits gesagt, vor allem ehrenamtlich aktiv sind. Ich unterstütze die Frauen dabei, sich auf den Weg zu machen, neue Orte der Begegnungen für Frauen der KfD, aber auch Frauen außerhalb der Kirche zu finden. Voller Spannung, zu welchen Ergebnissen wir kommen, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Frauen.